Soll das doch nicht so machen. Mann, 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 Mann. Der macht mich irre hier, der Charakter. So, einen Stein haben wir da. Der stört mich. Der hat mich gestört. So. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben noch das. Das haben wir. Wir werden gleich mal gucken wegen der Eingangstür. Ich habe da eine Idee. Eine besondere Eingangstür, dass die zwei Eingänge haben. Und so. Warum baut er immer daneben? Ich begreife es nicht. So. Das sieht symmetrisch aus. Ich brauche Holz. Hier. Dankeschön. Bitteschön. So. Hm. Was ich mir jetzt noch gerne wünsche ist. Einfach mal wieder solche Balken hier rüberziehen. Wir haben momentan noch genug Holz. Wobei das jetzt gleich ganz schnell wieder ausgehen wird. What the fuck? Monkey Island oder was? Tut mir leid. Ich bin zwar berechtigt für die Musik, aber ich weiß zwar nicht, was ich da reingesetzt habe. Also ganz ehrlich, ich habe da irgendeine Musik genommen. Die ein bisschen unterhaltsam ist. Na ja, gut. Hoffentlich ist sie das hier. Oh Gott, ey. Ich kann fluchen. Dieses Verbauen, ne? Das macht mich irre. Das kenne ich. Hier kenne ich doch nicht. Doch. Das kenne ich. Das hatten wir doch auch in einer alten Playlist. Nö, jetzt ist hier aber so eine andere Affenversion raus entstanden. Das ist ja krass. Alter, die sollen sich mal einkriegen, die Affen. Das macht mich ja gleich nochmal zum Affen. Natürlich Regen. Natürlich Regen. Natürlich Regen. Warum nicht? So, ich hoffe, das Eisen ist da jetzt fertig. Können wir nämlich jetzt eigentlich mal das ganze Glas dann braten. Können wir natürlich nochmal runter in die Mine gehen. Erfolg. Ziel. Schmiedekunst. Ich habe das jetzt übrigens auch auf Deutsch gestellt, damit ihr vielleicht noch was versteht. so. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Schwarz-Eigen-Säppling. Haben wir noch ein bisschen Sand? Nee. Coinsons. Coinsons. Können natürlich nochmal runter in die Mine gehen. Und zwar können wir uns von mir aus auch hier mal reinbauen. Eisen. Krass. Alter. Was für ein Zufall hier. Hätten wir uns hier nicht längst gebuddelt, hätten wir kein Eisen gefunden. Super. Alter. Alter, wie viel. Sehr schön. So. Okay. Nochmal Eisen. Nochmal und noch mehr Eisen. Super. Ich müsste gleich mal was trinken. Mein Hals ist so rau. Kennt ihr das? Stimmt. So. Das hört sich irgendwie wieder so ein bisschen seltsam an. Okay. Zu der Musik sagt. Zu der Musik sagt einfach nichts. Schon wieder Eisen. Krass, wie viel Eisen es gibt. Haben noch keine Diamanten gefunden. Das ist schon was. Ich habe jetzt auch die Welt der an Ebenen neu generiert. Und ich habe da jetzt auch ein bisschen mehr drauf geachtet, ne. Auf, äh. Dass es nicht randomized ist. Das ist einfach, dass ich das einstellen kann. Und ich habe das alles so gelassen, wie es ist. Ich habe eine Debiomenzahl ein bisschen größer gemacht. Und was ich glaube ich noch gemacht habe, ist die... Ist die, ist die, ist die... Keine Ahnung. Fall nicht. Tut mir leid. So. Jetzt haben wir hier wieder 25 Eisen. Alter, ich glaube es hackt. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Glas. Aus dem Glas können wir jetzt von mir aus... Mal hier... Hier... Schön. 32 Glasplanes. Ja. Türen kommen auch noch. Wenn wir uns mal die Fichten... Oder die Schwarzeichen-Tür anschauen. Die haben wir nämlich auch noch nicht im Let's Play gecraftet. Fällt mir ein, ne. Gut, hier eigentlich ein Fenster zu machen, ist ein bisschen doof. Aber wir machen das trotzdem einfach nur der Symmetrie halber. Ne. So. Und so. Jetzt brauchen wir ein neues Glas. Wir haben 4, 5, 6. Eigentlich müssten jetzt schon 2 neue da sein. Dann haben wir schon wieder... Ja gut. Okay. Bleiben wir wahrscheinlich wieder 4 übrig, ja. So wie es auch sieht. Schön, dass man diese Glasscheiben machen kann. Diese Planes. Dieses Haus ist auch im Regen gebaut. Mensch, Mensch, Mensch. Wobei das eigentlich keine Rolle spielt. Machen wir irgendwie... Um mich hier scheiß Sorgen. So. Damit hätten wir das. Hätten wir das. Wir können jetzt mal eine Door craften. Von mir aus. Sogar 3 Türen kriegen wir da raus. 2 für hier. So sehen die Türen aus. Sie sehen auch cool aus. Oder nicht? Und eine gibt's hier. Die kommt hier direkt mitten in den... ...in den Pfosten rein hier. Kannst hier... Schon wieder hat sich die Maus so komisch bewegt. Was ist denn das? Wir müssen jetzt eigentlich noch den Boden raushauen. Und in den Boden würde ich gerne Kabel rein machen, oder? Oder Kabel. Oder nicht. Oder Granit. Oder Diorit. Irgendwas Besonderes vielleicht. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir bräuchten natürlich ja Dach. Das ist natürlich das Problem. Können das Haus wieder drüben machen. Aber so ein gleichfarbiges Dach drauf. Oder wir können mal aus Kabelstone ein Dach machen. Oder was Eiche. Aber wobei, Eiche haben wir bis jetzt sehr wenig. 29 Stück. Das wird nicht reichen. Das wird auf keinen Fall reichen. Würde ich vielleicht einfach mal sagen. Wir gehen nochmal runter in die Höhle. In die Hölle. Höhe. Höhe. Und holen uns nochmal. Ein bisschen... Ein bisschen Kabelstone. Wir brauchen ja Kabel. Und... Ah, ich hab die perfekte Idee eigentlich. Wir könnten einen Keller machen. Wir könnten einen Keller einfach reinhauen. Und somit kriegen wir dann automatisch Kabel. Wie wär das? Einen schönen Keller. Ey, wir haben keine... Wir haben keine Schaufel mehr. Scheiße. So, wir haben doch erst zwei Schaufeln gecraftet. Wo sind die alle hinten? Wer klaut die denn? So. Jetzt mache ich hier acht Schaufeln. In der Hoffnung, dass die nicht geklaut werden. Na. Wir können natürlich auch noch so eine... Ah, wisst ihr was? Wenn wir doch gleich schon hier sind. Können wir doch eine... Ein bisschen gemütlicher hier so ein bisschen... Ein bisschen gemütlicher machen. Ein paar... Holzdruckplatten craften. Sub, 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 sub. Wobei die innen wieder raus müssen wahrscheinlich. Alter, was ist denn das für ein Scheißregen, ey? Ganz ehrlich. Ich hasse Regen. Ich hasse den Regen. Ich gehe erst mal runter. Ich muss erst mal... Ich farme doch noch mal erst mal hier Kabel. Damit wir mal wieder... Damit wir den Vorrat einfach mal wieder hoch haben. Und damit ich diesen Regen ausweichen kann. Ja, das ist ja sowieso, ne? Schweil ich da runter. Kann gefährlich sein, sowas. Anders sieht haben wir hier... Anders sieht haben wir hier... Natürlich auch viel. Wir könnten... Vielleicht mal gucken, ob wir mit Anders sieht... Ähm... Vorankommen. Ah, nochmal hier. Schön, 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 schön. Sehr schön. Hau die Spitzhacke ins Eisen... Ins Eisen rein. Super. Jetzt wird's aber hier langsam ein bisschen tief hier. So. Okay, damit haben wir das hier. Kennen wir die Musik? Ja, wir kennen die. Nach 100 Folgen Minecraft kenne ich die. Ich erkenne jede von meiner alten Playlist. Schön, wieder mal richtige Musik zu hören. Richtige, naja, bekannte Musik. Und redstone, wir haben redstone jackpot. So, und wir haben ganz viel Kabel rausgeräumt hier. Schöne. Oh. Schöne. Bis zum nächsten Mal. Ich sag mir die ganze Zeit irgendwie momentan gar nichts, ne? Ja, ja, ich bin so ein bisschen ruhig jetzt gerade. Momentan. Bäh. Alter. Ach, egal.